Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein? Laster steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. Das Männlein steht im Walde auf einem Bein und hat auf seinem Kopf der Schwarzkäpplein klein. Sag, wer mag das Männlein sein? Laster steht im Wald allein mit dem kleinen schwarzen Käppelein. Das Männlein dort auf einem Bein in seinem roten Mäntelein mit dem schwarzen Käppelein kann nur die Hagebutte sein.